Wir sind zurück bei Alan Wake. Das ist der verwundete Alan und ich bin Shane. Ich glaube Sheriff Breaker ist in ihrem Büro. Es ist da am Ende des Flurs. Okay, wir müssen mit Sheriff Sarah Breaker sprechen. Oh, zappelt der Fisch noch? Nein. Okay, also los. Ab ins Büro. Zu unserer Sarah. Oh, was haben die denn da für eine alte Kiste stehen? Ja, die klassischen alten Schauspüros. Ja, so. Zack. Da ist doch schon wieder diese kleine, verrückte alte Frau. Wow. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Der Pugetikmann, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ha, 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 ha. Kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Mach's gut, kleine, verrückte Frau. Mr. Waite, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Am Ende des Flurs. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Habe ich gemerkt. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben. Aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert. In der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Ja, das mag sein. Dann wähle ich mal zu Sarah. Oh, eine vermisste Katze. Schön. Äh, ich meine natürlich traurig. Vermisste Menschen. Was kann man denn da lesen? Haha, nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Ja, Campen ist gefährlich. Naja, vielleicht waren die Waldarbeiter der Grund dafür. Also hier, Sarah Breaker Sheriff. Muss ich hier vorher anklopfen, oder? Oh, ich gehe einfach rein. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Mache ich schon. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Mein Telefon. Okay. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Genau. Ihre Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte hier erzählen, was letzte Nacht passiert war. Aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung. Ich muss da rangehen. Unbekannter Anruf. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Was? Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark am Lover's Peak um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Okay. Also ist sie jetzt auch noch entführt worden, oder wie? Gehe ich jetzt noch mal zu Sheriff Breaker rein? Oder was mache ich? Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Der Beauty Grand zeigt Ihnen den Weg. Tut mir leid. Das alles... Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Darf ich fragen, worum es bei dem Anruf ging, Mr. Wake? Ist privat. Naja, wir suchen Ihre Frau. Und ich werde Ihre Unterstützung brauchen, wenn ich Ihnen helfen soll. Geben Sie mir Zeit. Ich brauche erst mal frische Luft. Okay. Sie finden mich hier. Wir reden, wenn Sie sich besser fühlen. Ha. Ja, Ellen. Du... Naja. Du könntest besser lügen. Okay. Hinterhof. Ah, ich muss langsam gehen, sonst schöpft jemand Verdacht. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Okay. Ach, ich dachte, er wäre endlich trocken. Oh, leider nicht. Er war auf Sauftour und hat an Danny ziemlich übel zusammengekackt. Da hinten leuchtet was grün. Seit er wieder wach ist, schreit er rum. Ich gehe erst mal hier durch. Oh, ab Richtung Innenhof. Können Sie das Licht... das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Ah, es muss drin hell sein. Ja, ich habe Verständnis für dich. Ich habe doch Verständnis für dich. Ich weiß doch, was im Dunkeln abgeht. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Alles klar, ich bin okay. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht mehr trunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Ah, ah. Er sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was die Besoffene erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht Besoffen. Das kommt er mir noch mit Aliens, ey. Also das kann er noch heiter werden hier. Na gut, mein Trinkerfeind. Ich muss jetzt schnell in den Hof. Sonst kriege ich Probleme. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hat er gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Durch den Zaun links steigen. Wo haben wir hier einen Zaun? Links, rechts, links. Okay, da hinten ist eine Thermoskanne und ein Radio. Das Radio ist mir jetzt erstmal kurz egal. So, Zaun. Durch welchen Zaun muss ich denn hier drüber? Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Okay, das scheint ein verlassenes Auto zu sein. Da ist ein Loch. Okay. Bam. Ja, Elender hat noch Kraft in der Beene. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Oh oh. Der Anrufer meinte es ernst. Also ist die Frau jetzt entführt. Okay. Barry? Äh, Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Äh, was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice in Führern treffen konnte. Okay, dann gehe ich mal. Sarah hat sicher Verständnis. Aber ich werde sie sicher wieder belügen müssen. Wir werden sehen. Was ist denn... Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Also schreibe ich jetzt hier gerade die Geschichte, die hier gerade komplett abläuft? Oder ist das nur diese Abendgeschichte? Okay. Okay, okay. Komm schon, ich muss zu Alice rüber. Äh, zu Sarah. Was ist das denn jetzt? Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? No. Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Groschelagelodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh, bam. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will Ihnen nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Ich bringe mich hier raus. Ah, Barry ist da. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet. Irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht. Absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Ganz ruhig, Barry. Oh no. Rose. Ciao, Rosie. Wir werden sehen. Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich schläge mich mit jedem an. Es ist nicht ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Eine Fanseite eingerichtet. Na, vielen Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Herrlich. Bucktooth Charlie. Columbian Mammoth. Sehr gut. Das sieht doch schick aus hier. Das ist doch was. Schöner Ausblick. Ah, perfekt für mich. Ernsthaft, Al. Was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was? Du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein. Halt mal ruhig, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alice ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich mein, ist ne gute Story. Wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei drei für die Klapsmühle. Warte hier. Ja, Barry. Halt lieber mal die Schnauze und warte hier. Ich muss mich nicht anpöbeln lassen. Du bist immerhin mein Agent, Mann. Ach, ist das hier schön. Mit Rusty sprechen. Was macht denn Rusty? Da zerlegt er ein Tier oder was? Ah, er kümmert sich um ein Hündchen. Ach, das sieht doch mal schön aus hier. Herrlich. Da gehe ich mal nach draußen. Unten ist der Parkplatz. Und wo steht denn unsere Kiste? Naja. Genießen wir die Aussicht ein wenig. Und bevor es weitergeht, bevor ich mich hier einmiete und der Schrecken weitergeht in Richtung Lomas Peak, wo wir Alice holen müssen. Oder zumindest hoffentlich wiedersehen. Ja. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge von Alan Wake. Und da geht's. 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 Vielen Dank.